ja hallo ihr lieben kennt ja alle diese marlene mörtler heißt sie glaube ich also ich nenne sie zumindest so weil sie meiner meinung nach eher leute ermörtelt ermörtet und ja ihr wisst sie hat einen kleinen vogel die frau und dass das wollte ich euch jetzt mal vorstellen was was sagst du eigentlich über das thema cannabis okay ja aber dass das ist das was krankheiten gegen krankheiten hilft und erwachsende menschen eigentlich nicht bevormundet müssen ist das ist das völlig egal oder ist es völlig total egal ja und findest du dass es weiterhin verboten gehört oder vielleicht nur das jugendliche besser aufgeklärt gehören und das verbote nichts bringen wie man seit ungefähr 30 jahren sieht meinst du du könntest dazulernen die vögeln die vögeln die mörderin vögeln blop 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 up